So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Minus, ein ganz besonderes Format, eine ganz besondere Ausgabe vor allem. Ich nehme das jetzt hier am Dienstag fix auf, Dienstag der Tag, wo Eviltal wieder in die Raids kam. Ich bin jetzt mit allem fertig, ich warte nur noch auf den Stream heute Abend, Raids für Zuschauer, deswegen will ich jetzt eine Stunde fix GBL reinzocken, bevor ich da noch Areneninteraktion alles machen muss. Und manche Leute haben ja hier neben der Hyperliga und der Hyperliga, Hyperliga-Premia-Klassik, auch das Post-Event Funk-Cup-Goyang in der Liste, das ist aber sehr interessant. Deswegen wollen wir mal da drauf und gucken. Hier gibt es eine begrenzte Auswahl, bis 1500 und was für super Pokémon kann man da alle nehmen. Ihr seht schon, die Auswahl ist auf jeden Fall sehr begrenzt. dann hört es auch schon wieder auf. Also eigentlich ist, ja, das erklärt sich ja von selber, wer ein bisschen Ahnung hat, weiß was los ist. Also eben nur gefangene Pokémon dort teilnehmen dürfen, es ist alles ausgegraut. Warum auch immer, warum haben sie nicht einfach alle Pokémon dahin, die halt einfach nicht möglich sind, genau. In Absprache mit meinem Sponsor des heutigen Videos, mag niemals, hatte ich, also eigentlich habe ich mir auf eigene Faust, habe ich mir ein Parfines, ein Zubiris und ein Dragoran gezüchtet, entwickelt, gezogen. Ich habe ganz viel für Zubiris ausgegeben, ich bereue es jetzt schon. Und er hat empfohlen, dass man vielleicht Doppelscharme auch spielen könnte, also Elfhuhn statt dem Dragoran mit, hä, wo ist ich, ich habe extra eben hier ein Team erstellt und das Team ist schon wieder weg. Was für ein Schwachsinn, warum erstelle ich ein Team in der Superliga, wenn ich es dann eh nicht auswählen kann. So, das hatte ich als erstes, das hatte ich so, das so. Das war das Team, das hatte ich erstellt, einfach so. Weil ich nicht weiß, ob das irgendwas bringt oder sinnvoll ist, habe ich jetzt auch noch ein Elfhuhn genommen. Falls ich also wirklich aufs Maul fliege, weil ich glaube ich mit Dragoran nicht weit komme und mit Zubiris gar nicht umgehen kann, müsste ich dann vielleicht Elfhuhn noch rein und einfach auf Doppelscharme setzen, wenn das vielleicht auch viele andere machen. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe bis jetzt insgesamt in dieser Season bisher nur achtmal gekämpft oder so. Hä, ich bin Rang 8, aber auf meinem Dings, ich glaube ich habe mir die, ich habe mir das Kampfticket zu spät geholt, das wird es sein. Ich habe mir das Kampfticket erst aus Versehen geholt, dann, wo ich schon angefangen hatte und habe seitdem auf dem Kampfticket gerade mal acht Kämpfe drauf. Acht Kämpfe, mehr ist da nicht. Ja, es sucht, es sucht, es findet wahrscheinlich niemanden, der im Goyang Cup kämpft, das wird das Problem sein. Jetzt habe ich mir sinnloserweise extra diese Pokémon für den, für den Goyang Cup Rang gezüchtet und dann kann ich nicht mal da kämpfen, weil es einfach niemanden gibt, der dort kämpft. Hm, sehr interessant. Oh, Kampf beginnt. Ich glaube, es hat einen gefunden, gegen den man kämpfen kann. Der ist ja auch Rang 8, das ist sehr schön. Wenn es wirklich niemanden findet, dann kann ich nur einen Set spielen. Also, hallo, was soll ich hier machen? Da ist ein Flöde. Zack, das ist Fee. Ich bin Fee. Guck mal, wie viel Schaden ich mache und wie wenig Schaden es macht. Also, wir greifen einfach weiter an. Gegnerische Attacke, weiß ich nicht. Lass ich mal durch. Ich habe null Ahnung, was mich gerade erwartet. Psychokinese. Okay. Ja, aber guck, ich mache noch ein, zweimal so, dann bist du bestimmt tot. Nee, er hat rausgewechselt, holt Willi rein. Willi macht, was weiß ich. Ich mache einfach mal Dibiskus. Dibiskus. Weil das ist ja eh schon voll. Vielleicht kannst du da mal schilden. Vielleicht könnte ich auch mal schilden. Ich mache hier nämlich auch schon wieder gut Schaden. Ich glaube, Parfinesse ist wirklich irgendwie gefühlt schon jetzt der Geheimtipp. In dieser Liga, in diesem Cup. Weil ihr seht, das rust einfach alles weg. Ich habe auch das zweite Pokémon gleich besiegt. Ich werde jetzt mal ein Schild nehmen. Weil, was soll ich jetzt sterben? Parfinesse ist mein bestes Pokémon. Ich hoffe, weil Zobiris, geh weg. Mit Zobiris, geh weg. Mit allem Rest. Es holt wieder die Flöde rein. Die Flöde ist auch weg. Und wir haben jetzt noch hier einen Kampf. Ein Veloursea. Ja, habe ich schon gesagt. Ja, könnte ich doch auch so machen. So ein Bärchen. Nee, nee, nee. Das mag keinen Charme. Und das sehen wir auch ganz deutlich. Es mag wirklich keinen Charme. Und wir sind auch sehr effektiv. Und es ist weg. Also, genial. Ich liebe den Gojang Cup. Den ich wohl einfach nicht spielen kann. Weil es keine Gegner gibt. Wir müssen uns einfach jetzt durchwühlen. Wieder drauf. Jetzt hat es einfach unser Team durcheinander gewürfelt. Ist das denn verrückt? Es ist komplett egal wahrscheinlich, was wir nehmen. Ich nehme jetzt einfach Elfhuhn direkt mit rein. Nochmal als Charme. Ich gehe jetzt einfach komplett auf die Charme. Auf die Charme. Auf die Charme. Das wird sicherlich eine sehr ruhige Folge. Weil wir die meiste Zeit einfach warten, bis vielleicht mal ein Gegner kommt. Was aber cool ist. Das heißt, wenn ich abends mal Fernsehen gucke oder irgendwas mache. Kann ich ruhig nebenbei jetzt diesen Cup mal spielen. Bis es irgendwann mal einen Gegner findet. Dann kurz kämpfen. Und dann wieder drei Jahre suchen. Bis der nächste Gegner kommt. Ich wollte die ganze Zeit nämlich eigentlich GWL spielen. Schon in der Hyperliga. Habe gedacht, nee. Wenn du das erste Mal Hyperliga wieder spielst. Nimm es auf. Komm wieder komplett unvorbereitet rein. Nach dem Video, wenn du dann kämpfst, dann läuft sowieso alles besser. Weil du dann ein bisschen dich wieder damit auseinandergesetzt hast. Aber den ersten Sprung ins kalte Becken seht ihr immer im Video. Hm. Und dann hat man sowas. Ich glaube wirklich, wir versuchen fünf Kämpfe zusammen zu kriegen. Und ansonsten war es das dann damit. Denn drei ganze Sets spielen dauert wahrscheinlich einfach zu lange. Was könnte man sonst noch machen? Nix. War vorhin im Rossmann. Hat Marco getroffen. Er ist jetzt Papa geworden. Hat Windeln gekauft. Hat Babyschale auf dem Einkaufswagen stehen gehabt. Da kennt ihr noch Marco aus früheren Videos mit schwarzbacher Naturdrübenradler. Aber das waren noch Zeiten. Hm. Einmal die Woche ist er jetzt in Hibu, hat er gemeint. Mal schauen. Immer wenn er schreibt, er ist gerade im Rossmann. Dann renne ich aus dem Haus und stürme in den Rossmann rein. Aber mit großen glasigen Augen. Ah, ist das. Ah, ist das schön, oder? Ach, es ist so schön. Ihr könnt das übrigens als Podcast runterladen und beim Schlafen hören. Ihr müsst gar nicht hingucken. Es gibt ja eh nichts zu sehen. Es gibt nichts zu sehen. Also geht bitte weiter. Wir filmen schon sieben Minuten. Wir haben keinen Gegner. Das wäre was für ein Livestream, ja. Ey, Digga, Alter, ich schwöre. Livestream. Mach Livestream, sitz da, während er sucht. Rede mit den Leuten. Beantworte Fragen, chill ein bisschen. Geht auch wieder nicht. Wäre super, aber kannst du nicht machen, weil... Montag haben wir jetzt schon gestreamt. Dienstag ist schon fest was drin. Mittwoch ist was drin. Donnerstag ist was drin. Freitag ist was drin. Samstag bin ich gar nicht da. Sonntag ist was drin. Wo soll ich denn das noch reinquetschen? Der Kapp ist eh nicht mehr so lang verfügbar. Wird also auch nichts, den mal zu streamen. Hätte sich aber gerade angeboten. Man kommt jetzt einfach so erst dazu, das zu machen. Und... Naja. Jetzt habe ich meine schmierige Mütze aufgemacht. Vielleicht sollte ich es einfach nach 10 Minuten beenden und sagen, das war nix. Nach 10 Minuten Ramses Minus, richtig genial. Das hat sich gelohnt. Ich würde ungern das nicht zeigen. Ich würde gerne das zeigen, dass es den Gojang Cup überhaupt gab. Und welche Pokémon er so nehmen konnte. Was da so Voraussetzungen waren. Was andere Leute da so für Pokémon haben. Das ist eigentlich ganz cool. Aber irgendwie ist das halt gerade kein Content mehr. Es ist gerade kein Content mehr. Gib mir wenigstens doch einen zweiten Kampf. Bitte. Bitte gib mir einen zweiten Kampf. Guck, ich mach auch so. Bitte. Weihnacht. Ich möchte noch einen Kampf. Jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, du musst noch so viel machen. Noch eine Stunde aufnehmen. Und jetzt sehe ich schon, es hat sich erledigt. Ich könnte Hyperliga aufnehmen. Hyperliga weiß ich aber gerade. Muss ich erst wieder zwei Jahre suchen, bis ich ein Team zusammenkriege. Hyperliga habe ich Labras immer genommen. Und Giratina und Machomai. Gut. Müsste ich gar nicht suchen. Ich hätte schon Team für die Hyperliga. Kampf beginnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein... Jetzt bitte nicht verlassen. Jong Seor. Du bist der Beste. Venufliebis. Das ist sehr schön. Damit laufe ich momentan, weil ich den Versuch auf Level 50 zu kriegen. Wir haben wieder Parfinesse. Am Start. Der Wechsel nimmt Velursi. Velursi. Zack. Velursi weg. Ja, was kann Velursi? Wir lassen es mal durch. Kann der Kampf attacken? Kann der Knuddler? Kann der auch was? Der macht einfach Durchbruch. Erinnert mich an den Durchfall, Mann. So, du bist weg. Mein kleiner Freund. Hier. Flöte. Zack. Ja. Haben wir ja eben auch schon gesehen. Ihr seht es. Es sind einfach nur die gleichen Pokémon. Jetzt frage ich mich. Es gab so oft Parfi. Warum hat keiner Parfinesse bis jetzt gehabt? Das ist doch einfach mega stark. Flöte. Ja, gab es auch überall das Blaue. Velursi gab es überall. Und das erste habe ich schon wieder vergessen. Das erste war nämlich... Venufliebis. Aber das gab es auch überall, wie gesagt. So, wir schießen jetzt hier einfach durch. Und ich würde sagen, ihr seht, der Goyang Cup lohnt sich an sich. An sich lohnt sich der für sich. Los, bring mich um. Genau. Das ist jetzt die Chance. Jetzt hole ich einfach mal Dragoran rein. Und mach diesen hier, damit er das Dragoran auch mal was gemacht hat. Genial, oder? Jetzt habe ich meine erste Aufgabe fertig hier bei dieser komischen Forschung. Wo man zehn Trainerkämpfe gewinnen soll. Ich kann euch das auch mal wirklich zeigen. Ich bin hier wirklich... Nicht hier. Hier. Da. Ich bin auf der ersten Seite. Habe jetzt zehn Stück gewonnen. Das ist richtig brutal. So, wir gehen zurück auf die Kämpfe. Wir holen hier auch mal die TM ab. Ich gehe noch einmal rein. In der Hoffnung vielleicht wenigstens einen dritten zu finden. Vielleicht kriegt man die Pokémon-Belohnung noch. Ja. Wenn es zu lange dauert, dann bin guter Dinge jetzt läuft. Wenn das Video so 15 Minuten geht, nur 15 Minuten Lebenszeit verschwendet von euch. Würde auch passen. Kampf beginnt. Das ging deutlich schneller auf jeden Fall. Im dritten Kampf hier noch rein. Vom Fake. Exo. Fake-Zo. Dragonier. Uh. Guck dir das an. Dragonier. Bam. Bam. Wir könnten sogar Dragoran jetzt nehmen und wären effektiv. Er holt, wenn du flieh bist rein. Bam. 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 Wieder Asitoni. Es dauert aber ewig, bis du hier fertig wirst und deine Attacke geladen hast. Aber kein Problem. Es gibt ja auch Mondgewalt bei dem statt Diebeskuss. Aber das dauert ja dann noch länger, bis das voll ist. Ist ja keine geteilte Attacke. Ist glaube ich irgendwas. Der hat einfach aufgegeben. Er hat einfach aufgegeben. Ich hole mal ganz kurz die Pokémon-Belohnung ab hier. Aus diesem Set. Das ist wichtig. Weil es nämlich jetzt drei Jahre dauert, bis das nächste kommt. Das ist ein Panzer-Aeron. Dann breche ich einfach das Video ab. Ich muss es leider so mal. Ich muss es dann abbrechen. Wenn es schnell geht. Okay. Wenn es nicht schnell geht. Dann nicht. Wir probieren es nochmal. Hier Zubiris. Bist du verrückt? Dich braucht kein Mensch. Ich habe fast 500.000 Staub ausgegeben, um das Zubiris zu pushen. Und dann sagt Marc Doppelscharme. Und ich so. Was? Wie jetzt? Zubiris? Und jetzt seht ihr. Du kannst den Cup eigentlich gar nicht mehr spielen. Aber solange wie er verfügbar ist, ist das doch eine coole Sache. Aber den wird keiner großartig machen. Weil die meisten Leute haben ihr Zeugs einfach weggeschmissen. Oder haben keinen Bock extra nur für diesen Cup was zu pushen. Es ist 16.08 Uhr. Wir sind bei 13 Minuten. Wenn es 16.10 Uhr ist. Und wir bei 15 Minuten sind. Und der nächste Kampf nicht stattgefunden hat. Dann bin ich raus. Solange kann man hier noch sitzen und warten. Gibt es jemanden, der den Goyan Cup gespielt hat? Ich weiß. Ich weiß. Es gibt viele, die waren in Goyan. Es gibt viele, die haben da gespielt. Haben da gezockt. Haben Shinies gehandelt. Es gab viele Leute, die mir danach angeboten haben. Hey Ramses. Ich habe einen Shiny Cognito Y. Möchtest du eins haben? Ich habe zwei bekommen. Es gab mehrere Leute, die mich dann angeschrieben haben. Weil ich das in dem einen Video erwähnt habe. Dass ich einen Shiny Cognito suche. Weil ich, ähm, weil mir das fehlt. Weil mir die Shiny Cognito Sammlung wieder aktuell ist und voll ist. Heiko hat mir dann eins gegeben. Oliver hat sich dann auch gemeldet nochmal so. Also, Grüße gehen raus an die beiden auf jeden Fall. Genaya hätte mir sogar auch eins von sich abgegeben. Es ist 16.09 Uhr. Und wir sind bei 14.40 Uhr. Also, wir haben es geschafft, vorher einen vierten zu finden. Heißt das, wir können das vielleicht sogar noch voll machen? Wenn wir jetzt so gut liegen. Vielleicht schaffen wir es den letzten auch noch. Der hat ja ein relativ cooles, wenn du fliebst, mit 14.99 Uhr. Wir sind bei 14.96 Uhr. Aber wir machen natürlich hier fett Schaden. Ich weiß gar nicht. Was hat, wenn du fliebst, für Attacken? Der greift an mit Blattgeisel. Knallt auf jeden Fall rein. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht irritieren. Wir hauen weiter drauf. Los, los, los. Wir sind beide tot. So, was kann er noch haben? Er holt schon Parfi rein. Boah, dann, wenn er Parfi hat, das kleine Parfi nehme ich Elphun. Er ist überhaupt nicht effektiv gegen mich. Ich aber gegen ihn. Super, dass wir Elphun haben. Ich schilde jetzt auch mal. Ich muss jetzt auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass das kleine Parfi mich irgendwann besieh. Dibiskus, ja. Wieso sage ich immer Dibiskus? Wegen Libiskus. Diebeskus. Diebeskus. Ein Dieb, ein Dieb. Dieb. Dieb mit Diebeskus. Was suchen wir das Letzte noch? Dann denken die Leute, boah, krass hier. Der hat eine ganze hochwertige Folge gedreht. Ja. Und dabei sind es einfach nur fünf Kämpfer. Fünf Kämpfer. Das kriegt man rein. Ramses Minus. Der Inhalt geht zurück. Der Inhalt wird... Man hat so wie so eine Chips Tüde hier. Machst du auf. So viel Luft drin. Und nur so viel Chips. Also das ist... Das ist Ramses Minus mittlerweile. Krass. Aber die Leute kaufen trotzdem. Weil die Chips schmecken richtig gut. Die sind knusprig. Die haben... Sehr würzig. Intensiv. Schmeckt nicht so künstlich. Das ist einfach sehr natürlich. Dieses Ramses Minus. Habe ich gehört. Gegner wird gesucht. Wir sind bei 6.11. Wir sind bei 16.40. Wir... Wie lange wollen wir denn warten? Bis... Bis 16.13. Und... 18 Minuten. Das beschneidet sich ja. Das ist ja nur noch hier eine Minute. Und da sind es noch zwei. Das ergibt eh keinen Sinn. Wir warten einfach... Wir warten einfach gespannt. Bis das letzte Ding... Wangeht. Adi liegt auf der Heizung. Das ist sehr schön. Ja, hätte ich mir alles sparen können. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal das Dragoran gebraucht. Obwohl das Dragoran das geringere Übel war. Das Schlimmste war wirklich Zubiris. Weil bei Zubiris musstest du auch XL Bonbons anwenden. Musstest komplett 296 XL Bonbons draufknallen. Damit das überhaupt in den 1500er Bereich kommt. Ich habe schon ein Hunderter Zubiris gemaxed. Das heißt, wenn die Megaentwicklung kommt, ist das kein Problem. Brauche ich keine XL mehr. Kann es einfach entwickeln. Aber der Staub halt. Sinnlos. Eine halbe Million. Staub ausgegeben. Dafür, dass es nicht mehr eingesetzt wird. Elfuhn war auch günstig. Parfines war günstig. Dragoran günstig. Das Dragoran ist sogar ein Hunderter. Ein Hunderter Dratini mit so einem Low-Level gehabt. Schnell entwickelt. Zack. Zweiter Taggetran. Batsch. Wir sind hier bei 16.12. Hier sind wir bei den 18 Minuten durch. Wenn die Zier 16.13 noch wird und der Gegner ist nicht da. Dann würde ich sagen, wir enden was für heute. Es ist 16.13 und der letzte Gegner ist da. Wow. So eine kleine Gesprächstherapie für mich selber. Ne, aber nochmal 5 Warten. Nein, 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 nein. Wenn du Flie bist. Wer hätte es gedacht? Das ist das Pokémon, mit dem einfach alle kämpfen. Und jetzt kommt der große Mindfuck. Ja. Jetzt kommen die Leute. Und sagen, Ramses, dir ist schon klar. Das sind gar keine echten Gegner. Wenn das zu lange dauert. Schreitet das System ein. Und sagt sich einfach. Komm, wir werfen irgendeinen Bot hin. Und der wählt auch nichts aus. Der nimmt irgendwas random. Und dann schmälert das ruhig. Schmälert das ruhig. Schmälert meinen 5 zu 0 Sieg. In diesem sehr speziellen Cup. In dem er sagt, das sind nur Bots. Das sind keine Spieler. Das ist alles Rotz, was da passiert. Guck mal, da ist sogar Flug mit dran. Da kann ich jetzt hier mal meine Elektroattacke zünden. Obwohl der natürlich auch Pflanze ist. Ne, warte mal, da ist Käfer. So ein Schwachsinn. Der ist auf jeden Fall Käfer. Wir kriegen hier ordentlich was ab. Schaffen wir es nochmal? Ne, wir sind beide tot. Ich warte, ich wechsle nix ein. Wechsle du ruhig ein. Ist das ein Zeichen dafür, dass das ein Bot ist? Wenn der so früh einwechselt. Komm, Dragoran hat bisher noch nichts großartig gemacht. Dragoran darf jetzt auch mal ein bisschen Spaß haben. Darf hier mal draufhauen. Wir lassen sogar den Attacke durch. Wir wollen es nämlich Spasig. Spannend. Nicht Spasig. Spaß darf es nicht machen. Energieball. So und jetzt. Drachenklaue. Sind sie sicher der Herr. Einmal Drachenklaue. Wie nennt man das Ding überhaupt? Ramses Minus? Das war nix. Mit dem Guyan Cup. Das war wohl nix. In Klammern Guyan Cup. Oder. Ach. Was weiß ich. Weiß nicht mehr, wann man das hochlädt. Ich hab gewonnen. So. Krieg hier noch ein Bonbon. Hier krieg ich noch ein bisschen so Staub. Hat sich das Erfolg gelohnt. Steigerfrag 9 auf. Krass. Krass, 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 krass. Mit Guyan Cup. Kack. Erreich ich noch Legende. Ich schwöre. Ich werde jetzt hier nochmal draufdrücken. Mal gucken. Ich werde das im Auge behalten, wie es hier weitergeht. Aber euch nehme ich jetzt nicht mehr mit. Das war es von meiner Seite aus. Eine kurze, knackige Folge Ramses Minus. Mit wenig Inhalt. Aber trotzdem 20 Minuten Lauflänge. Habt ihr Guyan Cup gespielt? Schreibt es mir in die Kommentare. Hättet ihr den auch gern gespielt, wenn ihr das jetzt seht. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Oh, da ist noch ein Kampf da, Mann. Den müssen wir noch machen. Komm. Was ist nämlich? Kanepio 19. Mit Florgas. Oh mein Gott. Er hat das sogar durchentwickelt. Ich habe noch nicht mal ein durchentwickeltes blaues Florgas. Das heißt, den darfst du nicht unterschätzen. Guck, es macht genauso viel Schaden, wie wenn er einfach nur eine Flöte hätte. Boah, er greift halt einfach schon an. Er greift halt einfach an. Was hat denn der wieder? Säuselstimme. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Säuselstimme. Er greift nochmal an. Wir schilden mal. Wir schaffen es doch bestimmt jetzt, ohne einen Chargemove, den Rest runter zu batchen. Oder eins, zwei, drei. Sei tot. Dabei. Genau. Und wir haben zwei volle Charger. Pavinez gegen Pavinez. Das ist, glaube ich, der erste, der sich wirklich ein bisschen da bei der Teamwahl Mühe gibt. Der eine Weiterentwicklung rein packt und noch eine Weiterentwicklung. Und jetzt hier drauf zimmert. So, wir bringen uns jetzt gegenseitig um. Dragoran wäre jetzt nur cool, wenn es Stahl hätte. Hat es nicht. Wir nehmen also unser Rebhuhn. Äh, unser Elfhuhn. Los, Elfhuhn. Tu was für dein Geld. Das dauert eh, bis der mit seinem Diebeskuss fertig ist. So wie bei mir es auch dauert. Deswegen wehre ich einmal ab. Er nimmt sein Schild noch mit. Er hat hoffentlich nicht Doppelscharme. Sonst seht ihr, dass nach dem 5-0 gleich alles kaputt ist. Und aus. Und ein Gardeboah. Oh mein Gott. Mein Dragoran kann einpacken. Was machen wir jetzt? Der hat mich jetzt hier... Guck, der wehrt auch ab. Der wehrt ab. Wir sind weg. Dragoran. Nein. Nein. Ich sehe, wie du fällst. Bruder. Drachenklaue. Ein letzter Verzweiflungsschrei. Guck mal, selbst wenn du jetzt hier mit... Kampf angetreten. Mit Kraftkoloss. Bringt nix. Also, wir sind ja komplett los. Kampf gegen Psycho. Nix. Drache gegen Fee. Nix. Laufe. Um deine nächsten Go-Kampf-Liga-Matches freizuschalten. Okay. Tschüss. Peace out for out. Euer Ramses.